Eckarzau ist eine Marktgemeinde mit 1244 Einwohnern im Bezirk Gensandorf in Niederösterreich. Geografie Eckarzau liegt im südlichen Machfeld in Niederösterreich, am Rand des Nationalparks Donau-Aun im Weinviertel. Die Fläche der Marktgemeinde umfasst 48,97 Quadratkilometer, 24,53 Prozent der Fläche sind bewaldet. Gemeindegliederung Das Gemeindegebiet umfasst folgende fünf Ortschaften Eckarzau, Kopfstätten, Frama, Wagram an der Donau, Witzelsdorf, Nachbargemeinden Geschichte. Schon um 1180 wird der Ort als Eckarzauiv genannt. Die heutige Großgemeinde Eckarzau entstand 1971 aus den beiden Marktgemeinden Eckarzau und Witzelsdorf und den drei Dorfgemeinden Kopfstätten, Frama und Wagram an der Donau. Wagram an der Donau, früher kroatisch Wagram, entstand durch Kroatenbesiedlung nach der Türkeninvasion von 1529. Der Wallfahrtsort Kopfstätten wurde urkundlich erstmals 1233 als Jobstätten erwähnt. Frama wurde schon im Jahre 1025 zum ersten Mal dokumentlich als Frumannacher genannt und ist somit eine der ältesten Ortschaften im Machfeld. Witzelsdorf war als Witzileinsdorf vermutlich schon um 1083 bekannt. Von der Mark-Häger-Ostbahn, heute wie einst Teil einer der Bahnverbindungen Wien-Pressburg, zweigte lange Zeit beim Bahnhof Siebenbrunn-Leopoldsdorf eine Flügelbahn nach Engelhardstetten ab, die in Kopfstätten eine Station hatte. Von dieser aus reiste Kaiser Karl I. von Schloss Eckartsau kommend im März 1919 mit dem K.K. Hofzug ins Exil in der Schweiz ab. Politik im Marktgemeinderat gibt es bei insgesamt 19 Sitzen nach der Gemeinderatswahl vom 25.Jänner 2015 folgende Mandatsverteilung. ÖVP 15 SPÖ 4 Andere keine Sitze, Bürgermeister der Marktgemeinde ist Rudolf Makoschitz, derzeit ist kein Amtsleiter tätig. Einwohnerentwicklung nach dem Ergebnis der Volkszählung 2001 gab es 1179 Einwohner. 1991 hatte die Marktgemeinde 1140 Einwohner, 1981, 1046 und im Jahr 1971, 1093 Einwohner, Wirtschaft und Infrastruktur. Nicht landwirtschaftliche Arbeitsstätten gab es im Jahr 2036. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe nach der Erhebung 1999-93. Die Zahl der Erwerbstätigen am Wohnort betrug nach der Volkszählung 20001514. Die Erwerbsquote lag 2001 bei 45,46 Prozent. Kultur- und Sehenswürdigkeiten Schloss Eckartsau Ursprünglich eine Burg, umgebaut in ein Jagdschloss. Das kaiserliche Jagdschloss Eckartsau war der letzte inländische Wohnort von Kaiser Karl I., nach seinem Verzicht auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften vom 11. November 1918. Es befindet sich unweit der Donauauen in Eckartsau. Punkt. Persönlichkeiten Ehrenbürger Otto von Habsburg Im Jahr 2008 wurde Otto von Habsburg die Ehrenbürgerschaft erneut verliehen, nachdem sie ihm bereits 1934 einmal verliehen worden, diese aber nach dem Anschluss 1938 von den Nationalsozialisten aberkannt worden war. Punkt. Sport In der Saison 2006-2007 wurde die Kampfmannschaft des SCG Eckartzaumeister in der Zweite Klasse Machfeld. Punkt.